Grüezi und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas, das ist mein Kollege Sascha. Wir sind heute am Start Summit, das ist eine der führenden Technologiekonferenzen in Europa. Wenn Programme und Maschinen fast alles können, was wir Menschen auch können, was ist denn unsere Rolle im zukünftigen Arbeitsmarkt? Wir befragen Expertinnen und Experten, Studierende und geben einen Einblick, was der Start Summit so ist. So, die wir haben können, können wir mit den Robots kommunizieren, in der man mit den Sprachen vorbereiten kann, mit den Sprachen programmierenden Sprachen. Aber auch, zu gehen durch diesen Prozess, wo wir denken, was unsere Strengen sind, die die Computer nicht wirklich können. Beispielsweise, wir sind in unserer Gedanken kreativ, in der ein Computer nicht mehr kann. Wir müssen das tun. Wenn es nur um Skills geht, können wir ja mit den Maschinen nicht mithalten. Was wir müssen bringen, ist Interaction, Critical Thinking, Problem Solving, Empathy. Alle Sachen, die wir hier am Start Summit in action sehen. Wir werden in der Zukunft mit den Maschinen interagieren. So, lernen zu code werden, wird sehr wichtig sein. Aber andere Sachen, die nicht so obvious werden, wie wir in einem sehr diversen Umfeld arbeiten, denn in der Zukunft werden wir arbeiten mit Menschen von sehr unterschiedlichen Nachrichten. Und wenn wir nicht arbeiten können, in diesen sehr diversen Umfeld, dann wird es nicht funktionieren. Aber viel mehr als das, wir brauchen leaders. Wir brauchen Menschen, die können mit anderen. Das ist deshalb, wir interviewen Menschen. Wir schauen uns nicht nur auf die CVs, wie wir wissen, wie wir code, oder wie wir die Chemie wissen, oder wie wir die Management wissen. Wir wollen mit Menschen sprechen, damit wir sehen, ob diese Person, das kann unsere Firma nach der nächsten Stelle führen. Also, wie wir diese Beziehung nutzen können? Wir versuchen, zu gehen über deine Beziehung zu einem Umfeld zu kommen. Gehen. Gehen. Wir versuchen, mit Leuten sehr unterschiedlich von euch. Wir versuchen, mit Freunden und Leuten sehr ähnlich zu uns. Wir versuchen, dich zu in einem schwierigen Situation. Und immer für die Diversitye. Gehen. Mal für die Leute, die Leute können die Sie nicht haben. Ich denke, das ist der Grund. Im Zukunft wird es um die Diversitye und Inclusion betreffend etwas zu sein. Wenn wir solche Dinge nicht in der Schule edukieren, werden wir Menschen einfach wie Roboter kreieren. Das ist nicht das, was wir wollen. Wie wir sehen, und das ist auch meine persönliche Meinung, dass man sich als Studenten möglichst unternehmerisch betätigen sollte und auch selber überlegen, wie kann ich als Mensch einen Impact auf dem Planeten hinterlassen und im gegebenen Zeitpunkt die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Technologien auch zu nutzen. Wir sind jetzt am Ende des zweiten Tages vom Start Summit. Ich bin ein bisschen müde, ehrlich gesagt, aber ich denke, dass alles in allem perfekt gelaufen ist. Wir sind sehr zufrieden, wie es abgelaufen ist. Ich denke, wir hatten erfolgreiche, sehr spannende zwei Tage hinter uns. Wir haben uns gefragt, was die Rolle des Menschen in einer hochgradig automatisierten Welt ist. Die Antwort ist komplex und nicht ganz einfach zu beantworten. Darum geht es weiter mit dem Thema Hashtag Beyond Work am St. Gallen Symposium. Bis dann, eine schöne Zeit und Ade miteinander.